ich habe im moment sehr wenig munition für alles also können ja nicht nur schwierig moment so wie war hier nochmal der turm ist neben dem springer aber nicht gegenüber der dame das wäre das erste was wir uns mal angucken können da ist nämlich der springer der turm turm ist nicht neben dem springer schon schwer sich einen satz neben dem springer aber nicht gegenüber der dame kommen sie noch mal aus hier ich würde gerade erst mal gegenüber gucken ob die dame jetzt genau da ist die andere seite daneben die damen haben wir ja noch so dabei die müsste dann hier rein wenn ich davon ausgeht dass der rechts hier der ist ja schon richtig genau so jetzt haben wir noch könig und läufer noch der könig ist nicht aber gegenüber dem springer ganz am ende und der springer ist nicht da wo er auf dem kasten da der springer ist nicht da wo er auf dem kasten ist das heißt der springer mit woanders der springer nicht da wo er auf dem kasten ist das heißt ein aber die dame war gegenüber dem springer ist nicht da wo er auf dem kasten ist das heißt also da wo der springer aufgemalt ist da ist aber nicht richtig der turm ist neben dem springer aber nicht gegenüber der dame dann kann ich springer ja auch theoretisch hier sein hei 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 und dann hier oder auch nicht Moment, ja, nochmal gucken. Also, aber nicht gegenüber der Dame. Der Turm ist nicht gegenüber der Dame. Moment, wo haben wir den Turm jetzt? In der Mitte. Und hier ist auch nicht die Dame. Also, das wäre theoretisch richtig, aber... Warte mal, hier ist noch... Der König... Ach, mir ist jetzt nicht der Texte da weggegangen. Also, der ist ja der Einzige, der richtig hier sein muss. Also, wenn der Springer nicht wartet, dann kann der Springer auch hier raus sein, theoretisch. Und dann auch der Turm natürlich raus. Die müssen dann beide auf die andere Seite. Dann können wir natürlich nur raten, welcher jetzt wo. Machen wir erstmal den Turm hier rein. Ich glaube, ich lese nochmal gerade den Text. Ja, sofort. Weil ich glaube nämlich, dass du mit dem einen anfangen musst, wo da steht, der am Rand ist. Da steht ja irgendwo, einer ist am Rand. Warte mal. Der Turm ist neben der Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist aber... Warte, der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer ganz am Ende. Also, der Springer ist ganz am Ende. Aber gegenüber dem Springer ganz am Ende, ne? Also, da war ja... Ähm... Ja, gut, es gibt ja nur noch drei andere. Hier ist ja der Springer. Warte. Ähm... Ich meine, wo sind wir denn zu... Was haben wir denn jetzt da? Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Was steckt denn da jetzt? Turm? Also, hier steckt jetzt der Bauer, aber der wird ja auch richtig sein. Der wird erstens nie erwähnt und zweitens steht da ja auch der Bauer drauf. Dann setzen wir den Springer da links rein. Wo links? Der neben den Turm. Hast du gerade Google offen? Ja, ich frag mal. Echt? Hast du zwei recht noch? Hast du zwei recht noch? Ja. Was fehlt denn jetzt noch? Auf der anderen Seite jetzt da noch, ne? Ja, genau. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Springer. Diesen über dem... Der König ist nicht dem der Dame, aber gegenüber dem Springer. Dann müsste hier also der König rein. So, da fehlt der... Der Läufer. Oder die Dame, oder andersrum. Oder andersrum. Ah, ne, warum? Ei, ei. Oh, ja, ein bisschen eine Dauer da machen. Ein bisschen zwischendurch. Gibt Schlimmeres. Kann mir so eigentlich nicht sein. Genau. Okay. War klar, war klar. Ja, da. Das stimmt, da haben wir mal, wie immer der jetzt rumgefummelt. Ja, das war ja kein Problem. Man muss ja nur gucken, wer wie viel Power bringt. Ja, das ist das Rote kommt. Oder wie jeder. Das ist genau in dem roten Bereich ankommt, ja. Wo muss ich... Zack. Zack. Oh, das geht ja. Oh, das geht ja. Das ging aber schnell. Ach, echt ey. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Oh, schau. Das ist... Zerra, liebe Zuschauer. Ich hab keine Ahnung, wovon die beiden reden. Oh, 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 oh. Öl, nicht brennen, nicht brennen. Oh. Oh, das ist nochmal eine Krüche. Oh. Verdammter. Verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Wo muss er hin? Scheiße, das läuft jetzt ständig durch die Decke. Ach so, ja, das hatten wir doch schon mal, ne? Ja. Oh. Du musst immer in Bewegung bleiben. Oh, was war da? Äh, ja, bei dem Feuer ist das nicht so. Oh, ich kann auch nicht darauf dazu laufen, jetzt zu schießen. Ah, ah, okay. Jo, jo, so cool. Jo, nee, lad erst mal nach in Ruhe. Oh, nee, das ist noch zu früh. Ah, nein. Okay, jetzt ist es soweit. Oh mein Gott. Nicht das. Nicht das. Ah, hu. Durchatmen. Komm, dann kann ich ja den beeindruckt, aber gar nichts. Boah. Ey, ey, ey. Junge. Was ist das da auch nicht normal? Ich kann mal. Sag mal, der ist doch irgendwann. Maximal etwa? Maximal etwa etwa? Maximal etwa etwa? Ah! Aua! Aua! Ohohoho! Ich bin die Kise! Ahah! Ah! Da, da! Da, wo? Auge! Verdammt! Oh Mann, komm schon! Boah, der hat aber auch, ey! Nein, ich hab's doch! Warum ist denn der so ein? Nein! So mal! Ah! Ich steh! Ich war mit dir! Boah! Reicht aber, oder? Naja, das hat doch nicht! Ah! Komm mal da runter! Dann kommen wir ja runter, ne? Ich bin ja da runter! Ah, wir müssen ja sehen! Ach so, das war doch mal da! Ach so, das war doch mal da! Ja! Wir müssen ja wegkegeln mit dem Ding da! Ja! Die Stelle ist kacke! Die macht keinen Spaß! Boah! Oh! Oh! Oh nein! Oh mein Gott! Oh! Schmerzen! Nein! Komm schon! Jetzt hängt ja natürlich hier, der Arsch! Oh mein Gott! Ich hab eine Überraschung für dich! Naja, hätte ich aber... Ja, nicht ganz, aber... Jetzt klatscht es uns weg! Hopp, Junge! Komm! Gut, 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 gut! Halte! Aber das war ganz gut! Vielleicht haben wir jetzt wieder mehr Munition, weil du so viel da reingeschossen für nix! Ja! Boah, das war ein Akt, ey! Ach nee, die Munition käme doch nicht über! Oh Scheiße, ey! So, also soweit waren wir schon, dass das Ding nur noch zurückkommen braucht! Das muss man natürlich auch erstmal wissen! Oh mein Gott! Das lag da rum! Das lag da rum! Ich hab eine Überraschung für dich! Ja, jetzt... Ah, nee, 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 nee! Hopp, 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 hopp! Das ist so scheiße! Was war denn sowas, ey? Sag mal! Ja, jetzt kommen wir auch hier! Ja, 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 ja! Geil, so! Alltag! Und jetzt kommt es mal eine Gegend! Ah! Da kommt es nicht! Ja... Ja, 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 ja! Ich könnte jetzt wieder eine Artistic brauchen, das wäre mir ganz angenehm. Aber oben war da eine Kiste, wo die Schachfiguren waren. Ich meine, ja. Jaja, genau. Boah, was haben wir da an Granaten rausgehauen, das ist ja fürchterlich. Da steht 4, ich weiß, ich kann mit dem Ding überhaupt nicht... Keine Ahnung, was das macht. So, wir nehmen, man nehme, erstmal nehme was zum Mischen. Grün. Rot. Ist unten links das das Armband? Hm? Unten links war das das Armband, oder was ist das, was wir da anstecken haben? Haben wir das schon? Wüsste ich eigentlich nicht. Ne, wir haben doch noch gar kein Armband, oder? Wir kamen ja letztes Jahr vorher nicht her. Ne, eigentlich, ja. Ist das denn links unten, das bin ich jetzt blind? Das ist Munition. Ach so. Na boah. Hä? Ja, eigentlich. Jetzt haben wir noch einmal normale Geruchzeuge. Die könnte man nehmen, weil ich glaube, dann müsste es ihr relativ gut gehen danach. So, das kann erstmal weg. Da haben wir ja auch noch einen Erste-Hilfe-Spray. Hm. Und das war M-Ping-Munition, da haben wir ja gar nicht dabei. Wir können uns entscheiden, Granate oder Messer, ich fand die Granate lustiger. Ja. Du sieg auf jeden Fall. So. Ja. Also, ne, der Ding kann weg. Okay, Mensch. Ping. Echt jetzt? Ich bleib auf gelb. Das ist ja... Ja. Boah. Sehr witzig, ey. Ich nehme aber jetzt nicht noch was. Nee. Macht keinen Sinn. Würde ich jetzt erstmal auch nicht machen. Hatten wir nicht. Ach nee, der Film war ja zum entwickeln. Das war ja... Das war das, was ich im Polizeirevier, genau. Wir hatten noch einen Film gefunden, aber... Ach ja. Ja. Ja, aber pff. Letztes Mal ja auch nicht so befriedigend. Ist richtig, aber mit Claire weiß man natürlich nicht, ob da was anderes bei Russ kommt. Hm. So. Ich zieh richtig nach. Oder? Nee, wir sind von da. Oh ja, nicht so. Nee, wir sind nicht von da. Kann ja gar nicht. Äh! Geht ja nur da rum. Aber wir sind doch irgendwie... Ich bin... Wie ich denn... Hier wird nachisch. Ähm... Wir hätten doch... Warum ist da... Warum ist da noch ein Ausrufzeichen bei den Schachfiguren? Achso, wir sind von der anderen Seite rausgekommen. Ähm... Keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen der Tür. Ich weiß nicht. Aber sonst ist doch hier alles passiert. Ja. Ja. So. Ziehen wir mal den Hebel. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich hat er sich überlappt. Ja. Oh nein. Oh nein. Nee, alles wohl nicht. Oh oh. Was tust du da? Ich will dir helfen. Sherry bekam sie implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Ich hoffe, sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter. Sie sind ihre Mutter. Kannst du rein hier? Du verstehst das nicht. Wir sind am Ende mit Leon... Haben wir sie getroffen, die beiden. Dieses Gespräch ist vorbei. Genau. Warte. Warte. Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Ja. Das war doch klar. Ich muss mir ins Labor dem... Oh. Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry. Mami liebt dich, Süße. Ja. Komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Lieb wohl. Wie Lieb wohl? Nee, 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 komm. Du kussst Lieb wohl. Ich hoffe, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Sherry, keine Sorge. Ich will dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Oh mein Gott. Ähm. Zum Labor gehen. Na dann. So kann ich schlusschießen. Ja. Ja. Da kannst du im Grunde nur laufen. So wegrennen. So wegrennen. Ähm. Könnte man hier noch irgendwo weiter? Nee, ne? Obverkamera ist irgendwie Ende. Hm. Ist nichts. Ach, da ist noch geplant. Ach, das ist zweimal Munition noch. Ja. Da könnten wir mal eben vorbeigehen. So viel Zeit muss ja sein. Ja. Haben ja auch alle Hände frei. Ja, eben. Ich hoffe, hier geht's nicht weiter, ne? Oder? Äh. Nein. Ähm. Ist das richtig? Dann komm ich da gar nicht hin. Wo ich jetzt hin wollte. Scheiße. Hm. Okay. Plan B. Weiß jemand, wie der Plan B laut ist? Nee, ich dachte, der zählst du jetzt. Hm. Ich hab jetzt gewartet, was da jetzt kommt. Äh. Ja. Kannst du lange warten. Ähm. Ich hab keine Ahnung, wo gehen müssen. Zum Labor. Ach, mein, das geht's noch gar nicht. Zum Labor. Ja, wir haben das Armband doch noch nicht. Das stimmt. Das heißt, wir können auch noch nicht fahren. Was ist denn da unten ab? Was geht denn da ab? Ah, nee, das war... Das waren die Dinger für den Schock. Ja, ja, okay. Was geht denn da ab? Hä, sag mal. Ähm, okay, also hier ist Hauptstromversorgung. Da ist immer noch ein Ausrufezeichen. Da kann man nicht... Da kommt man doch nicht durch. Da kommt man doch nicht durch. Nee. 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 Die Standseilbahn. Ja, du Schlauberger. Na ja. Ja, du Schlauberger. Ja, dann gehen wir einfach mal zur Schock. Hat... Ah, nee, ich weiß nicht. Oder haben wir... Nee. Rede mit uns, ne? Ja, genau. Mach ich ja. Ja, fast. Hat... Nein. Ja, vielleicht... Niemand schmacht davon, dass ich verständlich mit uns reden. Sind fast da, Sherry. Ja, das hört sich ja gut an, wenn sie sowas sagt. Sind fast da. Ja, das glaub ich noch nicht. So, da geht's ja zu Stand. Hat nicht mit uns gerechnet. Ja. Mit unserer Vergessenigkeit. Ja. Ähm. Ach, da ist er ja. Ja, wir haben aber keinen Darfschein. Ja, wir gucken mal. Oder hat Sherry einen Darfschein? Ah, nee. Ja, vielleicht. Ja, sie hat einen. Juhu. Ja, muss sie ja auch haben als Tochter von der Laborbieterin. Ja. Ja. Ja, den muss sie nicht. Okay. Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Echt? Wenn man das Auge noch nicht um den Rücken ist, ist alles gut. Ja, genau. Okay. Sollst du alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. So ist das. Was heißt überprüfen? Eben kurz gucken. Ich überprüfe mal eben hinten. Ja. Ja. Ob die Federung in Ordnung ist. So, jetzt hängt ein Darf. So, ich habe alles überprüft. Ich ziehe den Hebel. Kruste-Button. Diese Bahn fährt zum Nest. Ja, danke. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Ja, wo auch. Und wir auch. Boah, ist besser gruselig eh. Ich habe gleich so ein Auge aus der Schulter. Bist du okay? Bist du okay? Ist auch eine super Frage. Deine Jacke ist so warm. Achso, die hat die Jacke an. Ja. Okay. Die hat eine schöne Kette an. Dachte ich auch kurz. Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich habe was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Bist du hübsch? Ja, klapp mal auf. Ja, klapp mal auf. Mhm. Ja. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Oh oh. Sherry. Komm her. Oh oh. Hey, halte durch, okay? Nächst wird in kürze erleicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. Super, so müssen wir jetzt durch das Erbor latschen. Ja gut, wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, nehme ich mal an.